damit herzlich willkommen bei einer neuen folge schmockt von der rap gott der mega musiker so mit seinem kleinen dude hier wir nehmen noch ein duett auf ich bin dafür dass wir mein schmock spielen nein du machst mal ein musikvideo zu meinen schmock und du benutzt den synthesizer so und ich werde demnächst derweil urbaner hintergrund ja das passt das ist das ist rap ich bilde mich mal ein bisschen weiter vor im thema schnitt so alle schon am arbeiten wobei ich gerade ach ja wir warten nämlich noch bis wir die mission bekommen für den heini hier einen eigenen arbeitsplatz einzurichten was macht er gerade aha hochladen ok der kann eigentlich machen was er will ich bin ein guter chef ihr solltet alle unter schmuck dran arbeiten ich muss auch videos mit dem zusammen aufnehmen ja 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 ich glaube es läuft wohl was wir sehen schon verdammt cool aus noch darauf um auf zur party 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 charlotte ich bin verträter von entertainment cool ich doch direkt erst mal ein bisschen pipe an dass ich hier bin hallo ihr hübschen naja gefühlte leute nicht wie kann ich das ansprechen wegen einem neuen song ich hatte noch jemand danger zone bei dem song das ist danger zone nice aber ich kann hier nichts abgreifen also gehe ich für so ein schmachbezeichen ich muss mal ein musikvideo aufnehmen ich nehme eins von das kaufen wir erstmal ich nehme da eins auf musikvideo mit hip hop zum keyboard probaner hintergrund bleibt natürlich er muss erst mal schlafen ich dachte das könnte ich wieder bei brennen an machen aber okay dann so unsere küche wir haben da eine dusche die wenig benutzt werden kann ach da ist der kühlschrankküche und so ne hier müssen wir musikvideo machen hier müssen wir selber wieder einen song komponieren drehen nein äh daneben da eine eigene song hoch überhalten dich mal noch drei monate was hat die heute nacht party ich bin sicher brauchst du mal ein bisschen spaß ja machen wir das videoergebnis sportlich grau habe ich irgendwas in grau safe nicht okay ich was abgreifen aber hier sind permission die ich ansprechen kann aber erst mal der das ist doch sympathisch aus ja das hat mir noch gerne was hat er hier zu sagen muss ein song bei youtube hochladen ist kaputt ich schicke dir den song machen wir sogar arbeiten dann hat der noch was für mich was aber auch perfekt zurück nach hause alle jobs abgegriffen alles wieder gut in tasche und wir können wieder zurück in unser trautes heim interview mit ihnen zu machen auch gleich ein level ab jetzt aber erstmal ein bisschen kartoffelbrei reinschaufeln was ist das she hopes she crazy was ist deine aufgabe einem mitarbeiter zu weisen ja 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 okay ich muss sie nach zwei auch einweisen ok du ich glaube der macht nichts ich glaube der macht nichts mache ich halt selber aber mit irgendwas dann nehmen wir doch ja 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 dann meine finanzen mhm Talente vergeben? Nein, noch nicht. Ich muss keine Karten kaufen. Nö, alles so teuer. Oh, das läuft aber gut bei ihm. Sehr schön. Und blamiere ich mich damit nicht? Ich blamiere mich damit nicht. Sehr schön. Hochjagen. Das hast du. Machen wir. Zählt das, wenn der das Cover macht? Und ich nutze die Zeit und werde einen neuen Song schreiben. Und zwar... Schmocknackenkommando. Geh mal hoch, hoch. Oh, ja. Oh, Mundharmonika. Scheiße. Ich habe keine Mundharmonika. Das ist natürlich kacke. Ich habe nicht mehr das Talent dazu, Mundharmonika zu spielen. Scheiße. Das ist das. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Neulich krieg ich das wenigstens gebacken. Ah, da ist es, kaufe einen neuen PC, um meinen Mitarbeiter seinen eigenen Computer zu besorgen, damit wir beide zusammen Videos machen können. Habe ich doch gerade, was ist denn hier? Duett, ach ein Duett Video! Scheiße, schnell, schnell! Geil! Hochladen! Ist mir egal. Duett aufnehmen! Kling to his world. Das wird lustig. Oh, das musste ich ja wieder manuell machen. Okay. Hier, geklaut das an! Okay, das ist alles fertig. Ich muss mehr auf Sound gehen. Dafür brauche ich viel raus. Dann nehme ich lieber das hier. Ich werde da minus zwölf angehen. Recht unehrenhaft. Yeah! Ich nehme nochmal den. Hier können wir zwei riskieren. so. Ich nehme mir das mal noch ein. Ich nehme noch ein bisschen an. Ich nehme noch ein bisschen an. Andere, ein bisschen an. Ich nehme mir ein bisschen an. Und dann noch ein bisschen an. ok wir müssen also Schnitt erhöhen Musik erhöhen eigentlich nichts mehr Schnitt müssten wir wie gesagt erhöhen dann können wir lieber so machen Puster kaufen hoffentlich klappt das noch mal eben Piper nicht vergessen ja Fußfotos Fußfotos wie filmt das meine Fans dass ich Fußfotos mache das ist unheimlich Leute wollt ihr schmockt von Fußfotos als offiziell Bird ich habe es geschafft du kriegst jetzt erstmal deinen neuen PC ja ich höre jetzt mit der sie ich höre jetzt f ich höre jetzt ich höre jetzt was so cool ist dann gehen wir wieder Stereo weiter Steven, komm her wir müssen arbeiten so sieht man eigentlich ihn und nicht mich als Star das gleiche ich wieder aus musikalisches Cosplay das kann ich nicht noch mal überlegen wir nehmen was witziges weil es immer geht wenn es lustig ist aber jetzt können wir da gerade jetzt wo wir das brauchen ok das mache ich jetzt wieder Plus da haben wir nicht wirklich viel können wir den hier einfach mal nehmen hiermit verdoppelt sich sogar die Wertung oh die Kamerawerdung ist so richtig das können wir jetzt noch höher treiben wir müssen das noch ein bisschen pushen dann nehmen wir lieber das das drückt das wenigstens noch ein bisschen höher ja, klingt eine Verabschiedung klingt eine Verabschiedung das drückt immer schwöre ich euch so level up ein neuer Talentpunkt den ich gerade noch nicht setzen kann dann geht es zum nächsten Mal Ja, das sieht gut aus. Schnitt und die ganzen teuren Dinger einfach machen. Ich hoffe, das funktioniert noch. Schade, naja, ich kriege wenigstens Geld dafür. Und der hat seinen Arbeitsplatz bekommen. Du kannst mal ein Video aufnehmen eigentlich. Und zwar hier, ich mache mal ein Musikvideo im Punkstyle mit der Ukulele. Ich gehe so lange pennen. Jetzt fressen wir was und dann können wir gleich auch mal... Ach, der hat oben seinen Arbeitsplatz. Okay. So, einkaufen. Wir brauchen neue Musik. Irgendwann nicht mehr. Irgendwann nicht mehr. Brauchen wir auch nichts mehr. Ne, wir brauchen neue hippe Sachen. Vintage. Nein. Nein. Den können wir uns holen. Gucken wir mal PC World Tag. Ja, Baby. Hier werden wir wieder arm gehen. Wir brauchen ja... Wir müssen ja immer auffassen, dass wir unser Geld behalten. Aber neuer Rechner wäre ganz gut. Gehen wir noch bei den Ideas. Scribble. Und die, weil sie günstig sind. Okay. Wir haben neue Talente. Nämlich. Da. Da schalte ich dann neue Sachen. Ja, was hast du? Ein Cover für Belong to his party mit Real and Good. Ähm. Scheiße. Na gut, akzeptieren wir. Erstmal machen wir ein schmocknacken Kommando Musik Video. Als eigener Song jetzt erstmal hochgeladen. Ja. 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 Ja, neuer PC. Da ist er. Und der Song, den wir brauchen. Ja. 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 Ich muss aber mal einen Kurs belegen, finde ich. Hier. Nicht? Ich mach den mal. Mal lass mich anklicken. Oh, das Schmocknacken, guck mal, nur geht durch die Decke. Ich lad das hoch und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin, dein Krockt.